Nicht nur, dass sie in den letzten zwei, drei Jahren so erfolgreich war, sondern die Art, wie sie Fußball spielt, denke ich, fasziniert jeden. Und das ist ja die große Herausforderung für uns, dass wir uns morgen mit ihnen messen können. Untypischer Stoßstürmer wie Messi gibt es wohl kein zweites Mal im Fußball. Barcelona ist, glaube ich, die einzigste Mannschaft, die sich leisten kann, ohne zentrale Stürmer zu spielen. Weil Messi ja im Prinzip zwar auf dem Blatt, das sie vor Anpfiff erhalten, immer in der Zentrale notiert ist. Nur man sieht ihn so selten in der Zentrale, außer er taucht aus dem Nichts wieder auf und macht ein Tor. Deswegen werden schon wir ein, zwei Punkte auch der Mannschaft, was Messi betrifft, mit auf den Weg geben. Aber wir müssen die Spieler gleichberechtigt behandeln, weil die Qualität auf der anderen Position ist, ist halt im Vergleich zu Messi auf seiner Position nahezu die gleiche, nur sind es unterschiedliche Positionen. Das haben wir dieses Jahr speziell in der Champions League gezeigt, was unsere Stärken sind. Dass wir eine Mannschaft sind, die sich nie aufgibt, die, wenn sie auch mit dem Rücken zur Wand steht, immer in der Lage ist, internationale Top-Mannschaften absolute Schwierigkeiten zu bereiten. Also zufrieden wäre ich natürlich mit dem sicheren 5 zu 0 gegen Barcelona. Dann hätten wir im Rückspiel sicherlich eine Chance. Aber realistisch ist das natürlich nicht unbedingt. Wir spielen aber nicht gegen Spanien. Wir spielen gegen Barcelona. Barcelona ist stärker wie Spanien. Das ist halt der Unterschied. Das heißt, wir haben eine Moral in dieser Mannschaft, an einem Spieltag alles zu erreichen, was wir erreichen wollen. Diese Moral haben wir dieses Jahr schon gezeigt. Und diese Moral werden wir morgen erneut zeigen auf dem Platz. Wir sehen uns beim nächsten Mal.